Hallo Leute, ich möchte noch ein bisschen mehr über meinen Lieblingsbibelvers sprechen. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Aber ich möchte nur mit dem zweiten Teil sprechen. Das Sterben ist ein Gewinn. Und da ist, was der Apostel Paulus sagt. Der Apostel Paulus sagt, wenn das Leben auf der Erde fertig ist, dann werde ich gewinnen. Du wisst ihr, ich bin nun 34 Jahre verheiratet. Und manchmal frustriere ich meine Frau. Und ich sage euch, wieso? Ich sitze da mit ihr, ich spiele Karten. Und dann fange ich an, über den Himmel nachzudenken. Und sie realisiert, dass da etwas los ist. Mein Gesichtsausdruck verändert sich. Und sie sagt, oh nein, nicht schon wieder. Und sie sagt, du denkst doch nicht schon wieder über den Himmel nach, oder? Und ich sage, ich habe so Heimweh. Ich sehne mich so nach dem Himmel. Und wisst ihr, ich bin eine glückliche Person. Und die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eine glückliche, fröhliche Person bin. Und ich kenne keine Depression. Aber wenn ich über den Himmel nachdenke, dann will ich nicht auf dieser Erde bleiben. Ich verstehe genau, was der Apostel Paulus sagt. Weil er sagt, ich möchte beides. Ich weiss nicht, was ich wählen soll. Soll ich auf der Erde bleiben, oder soll ich in den Himmel gehen? Was soll ich auswählen? Und das ist etwas, durch das ich immer wieder durchgehe. Manchmal jeden Tag. Weil wenn ich über den Himmel nachdenke, dann habe ich wie die Frage, kann ich jetzt gerade gehen? Weil, wisst ihr, wenn ich mal angefangen habe zu verstehen, dass die Realität vom Himmel ein Gewinn ist, ich habe meiner Frau gesagt, ich habe ihr gesagt, Liebling, wenn du für immer zu Jesus gehst vor mir, werde ich die grösste Party überhaupt machen. Und es wird keine Trauer sein, keine Tränen, einfach keine Party. Und sie hat mich angeschaut und gesagt, was? Wie kannst du mir sagen, dass du mich liebst, und wenn ich dann weg bin, dann wirst du nicht weinen? Und da ist, was ich gesagt habe. Ich habe ihr gesagt, Liebling. Glaubst du wirklich, dass ich dich liebe? Sie sagte, ja. Und ich sagte, also stehe dir vor, wenn ich mal nach Hause komme, und du sagst, ich habe 100 Millionen in der Lotterie gewonnen. Und ich werde sehr traurig. Oh nein! Wieso habe ich nichts gewonnen? Wieso hast du jetzt und ich nie? Wisst ihr, was das sein würde? Sehr egoistisch. Der einzige richtige Weg, um zu reagieren, ist zu sagen, ich bin so glücklich für dich. Schau mal. Liebe sucht nie das Ihre. Sie macht das nicht. Also wenn ich zu Jesus gehe und also gewinne, und zwar viel mehr als im Lotto, dann solltest nicht du glücklich sein, dass ich gewonnen habe. Nein, ich werde das machen, wenn du gehst. Und ich habe ihr gesagt, das ist, was ich machen werde, wenn du gehst. Und schau, was Paulus im nächsten Vers sagt. Er sagt das. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt, zu furchtbaren Wirksamkeit, so weiss ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrehen. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euren Willen. Also Paulus hat selbstlos entschieden, dass er auf der Erde bleiben werde, weil es für die anderen besser sei. Er war sehr klar. Für ihn wäre es viel besser zu gehen. Und wisst ihr, was sehr traurig ist? Dass die einzigen Leute, die wollen, dass Jesus zurückkommt oder in den Himmel gehen möchten, ist, weil sie ein depresst, miserabel, verletztes Leben haben und sie wollen, dass Jesus es endet, und sie haben ein besseres Leben. Dann ist es einfach, weil sie ein miserables, chaotisches Leben haben und sie möchten, dass es zu Ende geht und ein besseres Leben haben. Aber denkt darüber nach. Das ist wirklich schlimm. Aber wieso habe ich den tiefen Wunsch, in den Himmel zu gehen, diese Sehnsucht, wenn ich ein so wundervolles Leben habe, hier auf der Erde? Es ist nicht für die Strassen von Gold. Und auch nicht, weil alles perfekt ist. Und es ist auch nicht, weil dort alles perfekt ist. Aber weil es jemanden gibt, mit dem ich für immer sein möchte. Mein Name ist Jesus. Er ist mein Bräutigam. Er ist mein Liebhaber. Er ist mein Freund. Und ich habe noch nichts auf dieser Erde angetroffen, das nur ein bisschen vergleichbar sein könnte mit Jesus. Weil da gibt es nichts Vergleichbares. Er könnte alles auf dieser Erde gewinnen und es ist nicht vergleichbar mit der Schönheit von Jesus. So when Paul says about, I'm hard pressed between two things, I wanna go there. Und wenn Paulus sagt, ich bin bedrängt von beidem, ich möchte am liebsten dorthin gehen. He was never talking about the beauty of heaven. Und dann hat er nie über die Schönheit vom Himmel gesprochen. Wisst ihr, was er sagt? He says, I'm hard pressed between these two things, stand here or depart and be with Christ. Sondern er sagt, ich bin bedrängt von den beiden Sachen, herbleiben oder mit Christus zu sein. Schau, er sagt, mich verlangt er nach aufzubrechen, und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Er spricht nicht über ein Ding, oder um einen Umstand, oder einen Ort, sondern über eine Person. Sondern darüber Ewigkeit mit dem zu verbringen, der deine Seele liebt, der dich erkauft hat. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Wir haben einfach Jesus zu unserem Leben hinzugefügt, um unser Leben ein bisschen besser zu machen. Und das ist, was die meisten Christen tun. Aha, ich gehe zur Hölle. Ja, nein, ich brauche Jesus, dass er mich rettet, dass ich in den Himmel komme. Aber hört zu. Jesus ist nicht nur ein kleiner Zusatz in deinem Leben, um Probleme zu lösen, sondern er ist alles. Er ist der, mit dem du Ewigkeit verbringen wirst. Und wisst ihr, als ich tot war und im Himmel war, da hat mir Jesus ganz viele Dinge im Himmel gezeigt. Und da war etwas, was mich am meisten beeindruckt hat. Überall, wo Jesus und ich durchgegangen sind, hat sich alles vor Jesus niedergeworfen. Und ich sage nicht einfach Leute. Sondern die Flüsse kamen aus ihren Bachbeten raus und haben sich vor Jesus niedergeworfen. Und die Bäume haben sich vor Jesus niedergeworfen, also niedergebeugt. Alles hat sich vor dem niedergebeugt, niedergeworfen, das Zentrum des Universums ist. Und das ist mit ihm, wo ihr die Ewigkeit verbringen werdet. Und wenn du das mal verstehst, dann wird dein Herz schreien. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und dann wirst du es auch lernen, Heimweh zu haben, dich danach zu sehnen, mit Jesus zu sein. Und möge die Braut Jesus sich nach Jesus sehnen, Heime nach seiner Braut. Und das ist der Schreim meines Herzens. Danke, dass ihr so geschaut habt.